Die ist noch nicht kapiert, oder schon wieder vergessen, oder noch nie verstanden haben, dass eine gewählte Regierung Entscheidungen treffen darf, ohne dass Volk jedes Mal um Erlaubnis Sollte sie vielleicht aber Ausrufezeichen Du sollst, du sollst, du sollst, du sollst, du sollst, du sollst Die offizielle Kirche, ne, die fand Begehren immer verdächtig Da könnte ja was aus dem Ruder laufen Ich sage klar, politische Ziele müssen im Vordergrund stehen Absolut Ja, aber es sind die Affekte, die mich bewegen Mich motiviert eben auch ein Begehren nach dem, was andere haben Du sollst, du sollst, du sollst, du sollst, du sollst, du sollst Also das handhabt ja jeder anders Sie sollen zum Beispiel keinen LKW stehlen und damit in einen Weihnachtsmarkt rasen Das ist ihnen völlig klar Stattdessen sollen sie tun, was wirklich wichtig ist Zur Bundeswehr gehen, in einen Jagdbomber steigen Sie sollen eine jugoslawische Schule und eine afghanische Hochzeit einfach wegmachen Und die Verantwortung dafür mit Würde und mit Anstand tragen Genau wie ihre Breitlinge Du sollst, 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 du sollst Jetzt lasst mich doch auch endlich mal etwas wollen Untertitelung des ZDF, 2020